Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 5, euer News-Podcast für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Wir sind Lukas und Christina und wir sind heute mal nicht so wie sonst unterwegs mit den heißesten und aktuellsten Themen des Tages. Denn wenn ihr diese Folge hört, also am Brückentag, Montag, der 2. Oktober, haben wir nämlich ausnahmsweise mal frei und das gönnen wir uns mal. Und deswegen haben wir schon so ein bisschen früher aufgenommen. Aber wir haben uns gedacht, wir können nicht ohne euch, ihr könnt nicht ohne uns. Also quatschen wir trotzdem einfach ein bisschen heute. Ja, nur ein bisschen gemütlicher. Bisschen weniger Nachrichten getrieben. Ja, wir wollen natürlich vor allem über den morgigen Tag sprechen. Morgen haben wir frei, morgen ist Feiertag. Denn morgen ist Tag der Deutschen Einheit, ein Feiertag, einer der wichtigsten Tage in der deutschen Geschichte. Heute DDR, BRD sind zu einem geworden wieder. Ja, nur so richtig emotional ist das Thema ja nicht bei uns. Also ich meine, morgen wird nicht gefeiert. Es finden keine Paraden auf den Straßen statt, wie das vielleicht in anderen Ländern ist. Ist nicht so. Ja, es ist ja vielleicht in Deutschland generell immer so ein bisschen schwierig mit dem uns feiern. Aber ich glaube, also zumindest in unserer Generation ist das auch einfach irgendein Feiertag sozusagen. So ein bisschen vielleicht wie jeder andere auch. Irgendwie man weiß, ja, da gibt es und ist ein Feiertag, da werden Reden gehalten, irgendwo vielleicht ein Kranz niedergelegt oder sowas. Das war es dann auch. Und das war es und wir haben einfach frei. Und wir können nicht so richtig relaten, wie das damals gewesen ist. Aber ich meine, alle Menschen, die das mitbekommen haben, können sich ja noch ganz genau erinnern. Wo warst du, als die Mauer gefallen ist und sowas. Man hört da ja auch immer wieder Geschichten, wie dann in Braunschweig die Trabbis angekommen sind oder sowas. Also ich meine, eigentlich ist die Tragweite dieses Ereignis ja schon allen bewusst. Ja, vor allen Dingen auch hier die Region, die war ja super nah dran eigentlich. Das ist eigentlich so ein Randgebiet oder so kann man das, glaube ich, nennen. Und das musst du dir halt auch vorstellen. Also dann gab es ein Deutschland quasi, das westliche Deutschland und dann war eine Mauer. Da ging es nicht weiter. Da ging es nicht weiter. Da war die Welt zu Ende. Also das ist schon richtig krass und man kennt ja die ganzen Geschichten. Da sind Menschen zu Tode gekommen, die haben Unglaubliches auf sich genommen, um irgendwie zu fliehen aus Ostdeutschland. Ich weiß nicht, also meine Eltern haben auch schon irgendwie erzählt dann von legendären Fahrten, wenn sie da wirklich einmal über die Grenze sind und den Osten irgendwie besucht haben. Und es ist schon, man muss fast sagen, wenn man es so sagen kann, wie so eine andere Welt ein bisschen. Ja, und im Angesicht dessen ist morgen doch dann eigentlich schon ein großer Feiertag. Also eigentlich müssen wir uns hier immer irgendwie so Tradition ausdenken oder so, um das so ein bisschen gebührender zu feiern. Wobei man muss ja dann auch die andere Seite sehen, dass diese Wiedervereinigung in den Köpfen dann ja wieder doch noch nicht so richtig angekommen ist. Es gibt ja die Trennung, die Trennung gibt es immer noch. Das stimmt. Also kann man so sagen schon, finde ich. Naja, also wann warst du denn das letzte Mal im Osten und wie hast du dich da gefühlt? Letztes Jahr, am 3. Oktober. Ach, tatsächlich? Ja, habe ich einen Wochenendtrip gemacht. Ja, wohin? Nach Dresden. Da habe ich ehrlich gesagt, nichts wird, also… Hast du nicht drüber nachgedacht, dass du jetzt über die Grenze gefahren bist? Nee, nee. Ja, für uns eins glaube ich völlig normal wieder. Da sprichst du dann doch wieder dafür, dass das alles eins ist. Wobei es natürlich auch Indizien gibt dafür, dass es noch nicht so ist. Die ungleiche Bezahlung immer noch, glaube ich. Ich meine, im Osten werden die Leute schlechter bezahlt als im Westen und so. Dann politische Entwicklungen, die das auch noch bestärken, diesen Unterschied zwischen Ost und West. Ich weiß nicht. Alles Wichtige zum Tag der Deutschen Einheit, auch bei uns in der Region, findet ihr natürlich aktuell auch auf braunschweigerzeitung.de. Ja, Christina, du bist ja nicht der krasseste Fußballfan. Das wissen wir ja, das verheimlichst du auch nicht. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich frage dich trotzdem mal, wie klingt denn für dich ein typischer Fußballer, so ein Profifußballer, nach einem Spiel, wenn er im Fernsehen ein Interview gibt? Du hast ja auch schon ein paar Fußballer interviewt in deinem Leben. Was sagt er so? Ja, woran hat er es gelegen? Gutes Spiel gemacht. Gutes Spiel gemacht, guter Volleingang, hätte man hinten irgendwie besser machen können. Das war es dann eigentlich auch. Und ich hasse das. Es ist so überflüssig, nach einem Spiel einen Fußballer zu interviewen. Aber auch nicht mal nur dann, sondern generell. Man kriegt ja irgendwie, man kriegt die nicht zum Reden. Dass sie mal wirklich ihr Herz auf der Zunge tragen oder so, das ist eine Rarität inzwischen. Es sind ja alle auch gecoacht und so, dass sie ja nichts Falsches sagen. Alle haben Angst, dass sie irgendwie misstreden und sagen deswegen eben nichts. Umso schöner ist es, wenn Fußballer mal richtig tachlos reden. Wenn sie sagen, was sie wirklich denken und fühlen und einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist mittlerweile eine Seltenheit. Manche machen es noch. Ich denke da zum Beispiel an Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg. Oder bei Eintracht Braunschweig, da ist es Jasi Fejic. Quasi eine Torwart-Legende bei Eintracht. Mittlerweile hat er ja seine Profikarriere beendet. Und das führt dazu, dass er noch ein bisschen freier reden kann. Ja, unsere Kollegen vom Eintracht-Podcast Löwengebrill, die haben Jasi Fejic getroffen und über seine lange Karriere gesprochen. Und Jasi hat da echt Sachen erzählt, würde ich behaupten, die man sonst nicht so wirklich zu hören bekommt. Also es geht um Druck im Fußball, um Aufstiege, Abstiege, um Probleme mit Trainern, die es ja auch gibt. Und natürlich auch um die denkwürdigsten Spiele. Eins davon, weiß sogar ich, war ja auch die Relegation vor sechs Jahren gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt habe ich in meinen 20 Jahren, die ich jetzt Fußball spiele, bei keinem Verein gesehen, wo die Dusche automatisch angeht, damit die Schuhe, habe ich bei keinem Verein. Aber bei Wolfsburg ist das anscheinend Gang und Geber, dass die automatisch durchgespült werden, hieß es, keine Ahnung, haben sich wahrscheinlich eingekackt. Das war wirklich legendär, rund um die nassen Schuhe in der Kabine. Da ist ja heute noch nicht so richtig klar, war das wirklich ein Streich der Wölfe gegen die Löwen. Das Spiel an sich, das war natürlich auch spannend. Also da gab es in der Geschichte von Jasi Fejic schon einige spannende Geschichten. Lohnt sich reinzuhören. Das ist ein wirklich langes, deepes Gespräch in der neuesten Podcast-Folge unseres Eintracht-Podcasts Löwengebrüll. Verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Bei uns stehen in der kommenden Woche, nee gar nicht in der kommenden Woche, diese Woche, eine Menge richtig coole Events an. Ja, das muss man sagen, hochinteressant zum Beispiel für alle, die gerade auf einer Suche nach einem Job oder einer Ausbildung sind. Freitag diese Woche findet bei uns so eine Art Messe statt im BZV Medienhaus in Braunschweig. Das nennt sich Azubi Speedstating. Da können vor allem Schüler vorbeischauen und sich informieren, was für gute Arbeitgeber es so in der Region gibt. Gibt es ja doch einige. Genau, es sind mehr als 30 Unternehmen in der Region dabei. Natürlich die großen auf jeden Fall, also zum Beispiel New Yorker, Westermann, die Polizei, die Bundeswehr, Siemens, VW Financial Services, BS Energy ist dabei, die Öffentliche, das Klinikum in Braunschweig, ich glaube die TU ist auch mit dabei. Also die Liste ist wirklich lang und es gibt vor allen Dingen auch Musik von einem richtig coolen DJ und Gewinnspieler. Also man kann einen, ich glaube der Hauptpreis ist ein E-Scooter. iPhones auch. iPhones, E-Scooter, lohnt sich auf jeden Fall. Kann man noch vorbeikommen, kostet nichts. Freitag, 6. Oktober, 14 bis 18 Uhr, das große Azubi Speedstating im Forum des Medienhauses mitten in der Braunschweiger Innenstadt. Und einen Tag vorher, am 5. Oktober, da findet in Braunschweig zum allerersten Mal der KI-Kongress Brunsdiger statt. Ja, das ist wirklich eine Premiere, sowas hat es in Braunschweig noch nicht gegeben. Aber wir wissen ja alle, man hört es überall, dass KI eben ein großes Thema wird, auch in der Wirtschaft und so. Wie kann man es nutzen, was für Risiken gibt es und so weiter. Ich finde ja immer so vor allem die größeren Prophezeiungen total spannend. Viele sagen ja, dass KI wirklich Bedeutung für den weiteren Verlauf unserer menschlichen Zivilisation hat, vielleicht sogar zum Untergang führt und so. Oh Gott, das ist ja. Man hört ja die schlimmsten Dystopien, darüber sprechen wir auch. Also da könnt ihr theoretisch dabei sein. Wenn es euch interessiert, das Thema KI, schaut einfach mal in das Programm rein. Brunsdiger KI-Kongress in Braunschweig verlinken wir euch. Am 5. Oktober findet der statt und es gibt sogar noch Tickets. Wir können es ja kurz verraten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Lukas wird auf jeden Fall auch am Start sein. Stimmt, ja. Und wir haben schon ein bisschen mit KI rumprobiert. Das ist richtig cool geworden. Ja, das Video müsste schon online sein. Bisschen erschreckend, finde ich. Genau, wir haben auch so ein kleines Video als Ankündigung für diese Brunsdiger aufgenommen, beziehungsweise eine KI hat das produziert. Wir haben die KI einfach nur gefüttert mit einem Text, den die KI sprechen soll, mit einem Foto von mir. Und ja, wir haben ihr Stimmdateien von meiner Stimme eben geschickt, sodass die meine Stimme jetzt komplett imitieren kann. Und ja, das ist quasi fast so eine Art Deepfake. Genau, also ganz perfekt, finde ich, ist es noch nicht. Aber es ist ja auch kein Aufwand dahinter sozusagen. Das war schnell gemacht. Also wer das richtig professionell und gut kann und noch ein bisschen besser als wir, der kriegt das sicherlich auch noch ein bisschen professioneller hin. Aber hätte mir jemand diese Tonaufnahme vorgespielt, hätte ich gesagt, okay, was ist mit Lukas los? Ja, vielleicht machen wir ja mal so einen Podcast komplett. Dann sitze ich bei mir zu Hause und du weißt gar nicht, dass ich in Wahrheit, dass du in Wahrheit mit einer KI sprichst. Irgendwann vielleicht mal. Ich hoffe, das würde ich noch mitkriegen. Damit sind wir, glaube ich, heute auch schon am Ende angekommen. Wir hoffen, ihr habt morgen einen richtig schönen Feiertag, müsst nicht arbeiten, könnt ein bisschen die Füße hochlegen. Wir tun das morgen auch und dann hören wir uns regulär wieder am Mittwoch wieder mit den heißesten Nachrichten aus der Region. Genau, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.